Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Erding bei München gegen das von der Bundesregierung geplante Heizungsgesetz demonstriert. Schon auf dem Weg zur Bühne wurde Bayerns Ministerpräsident deutlich ausgebucht. Auch als Markus Söder bereits auf der Bühne steht, ist der Unmut einiger Teilnehmer noch deutlich zu spüren. Demo-Organisatorin Monika Gruber muss Söder in Schutz nehmen. Lass bitte jeden Redner ausreden. Und wir reden hier vom bayerischen Ministerpräsidenten. Bittchen mehr Respekt bitte. Doch Söder lässt die Buh-Rufe nicht auf sich sitzen und keilt gegen die wütende Menge von der Bühne herab. Die Rufen, hau ab! Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab! Wer so agiert, ist kein Demokrat für unser Land. Von solchen Leuten grenzen wir uns ab. Und zwar grundlegend. Neben Söder sollten auch die Landesparteichefs von Freie Wähler und FDP in Erding sprechen. Die AfD wollte auch einen Redner schicken, was ihr nach eigenen Angaben aber verwehrt wurde. Stattdessen lud sie parallel zu einer eigenen kleinen Kundgebung in direkter Nähe. Stattdessen 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 Stattdessen